Ja, wunderschön, dass du wieder mit dabei bist. Hier ist wieder die Glücksglaue. Herr Li, hallo, ich begrüße dich als zur fünften Episode auf unserer Entdeckungsreise Kraft tanken in außergewöhnlichen Situationen, weil ich das so wichtig finde, dass wir unseren Horizont wieder erweitern und weil ich glaube, dass uns das sehr gut tun kann. Und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und lass uns direkt einsteigen wieder in die Gedanken, ins Gedanken jonglieren, ins Animieren und dann natürlich auch in die praktische Umsetzung, die praktischen Tipps, um deinen Alltag leichter zu gestalten. Und wenn wir jetzt hier so loslegen in dieser Folge, ist so meine allererste Frage, die an dich geht, die ich mir auch ab und zu mal stelle und die dir etwas auslösen darf, wenn sie mag. ist, was sind denn eigentlich außergewöhnliche Situationen im Mama-Alltag? Gefühlt haben wir ja eigentlich ständig außergewöhnliche Situationen. So mit Kindern ist das ja doch einfach nochmal ein ganz anderes System, als wenn wir alleine für uns verantwortlich werden oder nur in einer Partnerschaft uns befinden. ist so ein Familienleben ja doch eigentlich schon außergewöhnlich genug und doch schleichen sich ja im Alltag ganz, ganz viele Routinen ein, was ja auch hilfreich sein kann und hilfreich ist. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, wenn du so tickst, wie ich ticke und dein Herz auch nach Freiheit strebt, nach Selbstbestimmung und Unabhängigkeit, dann fehlen dir vielleicht in so einem typischen Familienalltag auch mal außergewöhnliche Situationen, die dich betreffen. Ja, also die jetzt nicht damit zu tun haben, irgendwas zu begleiten, was Neues zu entwickeln oder sonstiges, sondern einfach die mit deiner persönlichen Entwicklung zu tun haben und die dir einen Kraftschub geben können. Und wie ist denn das eigentlich? Also wie stellst du dir denn eigentlich Kraft tanken vor? Also Kraft tanken hört sich ja fast an, als wolltest du dein Auto mit Benzin oder Diesel füllen. Aber sagen wir mal ehrlich, es ist ja ein bisschen ähnlich bei uns. Ja, wenn unser Fass leer ist, dann können wir natürlich auch nicht mehr wirklich viel agieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns selber auch mal immer wieder fragen, ja, hat man dein eigenes Auto genug Treibstoff oder bist du als Smartphone mit deinem Akku aufgeladen oder nicht? Ja, und für mich zählen halt dazu auch als eine Möglichkeit von so vielen, die du ja hier Stück für Stück kennenlernen kannst und die du vielleicht für dich auch neugierig entdecken wirst, wieder in deinem Alltag, auch mal wieder etwas anders zu machen. Anders zu machen, als es so der typische tagtägliche Alltag, Alltagstrotz so mit sich bringt und einfach mal wieder etwas anderes zu machen. Etwas Verrücktes, etwas Außergewöhnliches, etwas, wo du selber denkst, ach cool, das war ja jetzt auch mal wieder schön, dass wir das mal gemacht haben. Natürlich weiß ich, dass es in Corona-Zeiten natürlich auch gewisse Einschränkungen gibt. Ja, also je nachdem, was du gerade so im Kopf hast, also ich sage jetzt mal so eine Runde Bungee-Dumping, muss man natürlich auch immer gucken, welche Maßnahmen sind da, vielleicht organisatorische Art und Weise, aber generell einfach mal wieder so ein bisschen ins Spinnen zu kommen, ja, einfach mal wieder ein bisschen crazy in den Gedanken zu werden, einfach mal zu gucken, wie war es denn eigentlich bei dir früher? Hast du auch mal außergewöhnliche Sachen gemacht oder war dir das gar nicht so wichtig? Aber ich glaube, wenn du hier mit dabei bist, dann sind das auch Dinge, ja, die dir vielleicht ein bisschen fehlen, die dir, du glaubst, dass sie im Mama-Alltag nicht mehr so funktionieren, dass das einfach nicht mehr möglich ist. Natürlich, wenn dein Baby gerade sechs Wochen alt ist, wird es vielleicht nicht gehen, aber dann hast du auch gar nicht die körperliche Kraft, um jetzt eine Runde Bungee-Jumpen zu gehen oder aus dem Flugzeug zu springen oder sonst irgendwelche Sachen, ja. Das sollst du auch gar nicht. Du kannst es dir auch auf andere Art und Weise holen. Aber ich mag deine Gedanken einfach mal mehr so ein bisschen ins Thema reinbringen. Was ist das, was dich eigentlich vor deinem Kind oder deinen Kindern ausgemacht hat und was hat dich da beschäftigt? Wenn das vorher für dich kein Thema war, dann wird es auch jetzt keins sein, aber wenn das für dich vorher ein Thema war, naja, dann wird es Zeit, dann wieder ein bisschen reinzuschauen und zu gucken, wie ist denn das möglich. Ich habe einfach nochmal so für mich überlegt, was ist denn jetzt für mich per Definition eigentlich so außergewöhnlich, ungewöhnlich, wenn ich schon davon rede, wie du Kraft haben kannst in außergewöhnlichen Situationen, ja. Dann ist so das Erste, was bei mir persönlich kommt und du kannst mir sehr, sehr gerne auch in den Kommentaren mal sagen, was für dich eigentlich außergewöhnlich ist. Ich bin da immer total neugierig auch zu wissen, wie du das siehst. Sind das so Dinge wie, ja, einfach mal wieder unterwegs sein, mal aus dem Haus rauskommen. Jetzt ist ja gerade kein Lockdown mehr, ja. Also, ne, solche Sachen. Rauskommen, Abenteuer erleben, etwas Neues zu entdecken. Und Neues entdecken muss ja nicht unbedingt heißen, ich muss jetzt die Welt bereisen, auch wenn das natürlich toll ist, sondern Neues entdecken kann ja auch im Kopf sein. Etwas Neues lernen, dich weiterzuentwickeln, ja. Kreativ zu werden. Ich sage jetzt mal sowas vielleicht auch wie ein Escape Room, einfach mal zu sagen, hey, da bin ich mal voll abgestirmt von all dem Alltag und entdecke was Neues. Mein Hirn wird anders gefordert. Und es ist einfach mal außergewöhnlich. Das machst du ja auch nicht jeden Tag. Außergewöhnlich sein heißt auch, sich vielleicht den Ängst zu stellen. Ja, also wenn ich hier über Spunji-Dumpeel spreche, dann macht das bei mir richtiges Flattersausen. Das ist jetzt nichts, was ich ausprobieren möchte, aber vielleicht ist das, was du gerne machen möchtest, ja. Oder einfach mal irgendwas zu überwinden, was du schon lange von träumst und dich nie getraut hast, ja. Auch sowas kann ja etwas sein, wo du sagst, boah, das gibt mir so einen Push und ich schaffe jetzt alles, ja. Und natürlich auch einfach mal spontan sein, obwohl wir das ja eigentlich im Familienalltag fast immer sein müssen. Wir müssen zumindest flexibel reagieren können und Planungen, die wir vielleicht im Kopf gemacht haben, über Bord werfen, weil es vielleicht gar nicht mehr hinhaut. Aber ich meine auch da so genau das jetzt im Familienalltag, wirklich dieses Spontansein kann dich pushen. Ja, wenn du mal sagst, okay, warte mal. Eigentlich ist da ja total das Potenzial, wenn mein Kind mir XY vorschlägt, und dann mal einfach einzusteigen. Welche coole Möglichkeit könnte denn das eigentlich für mich sein und für mich bedeuten, dann mal darauf zu reagieren und nicht auf meine alten Positionen zu beharren und zu sagen, nein, wir machen das jetzt so oder so, ja. Also das ist ja auch eine außergewöhnliche Situation, weil du dich auf was Neues einlässt, was für dein Kind vielleicht gerade total super ist, ja. Und im Gegensatz dazu ist so das, was ich für mich gewöhnlich anfühlt, ja, wenn man immer zu Hause ist, ja. Es gibt Leute, die mögen das und ich mache das auch gar nicht schlecht darstellen. Für mich ist es jetzt eher gewöhnlich oder so würde ich es titulieren, ja. Also wenn es für dich genau das Richtige ist, dann mach es bitte weiter. Aber das ist so dieses, ne, immer zu Hause sein, der gleiche Alltagstrott vielleicht auch, dass sie jede Woche gleich aussieht. Manche Kinder brauchen das. Ja, also wenn ich so an meinen hochsensoliebenden Sohn denke, für ihn ist es ganz wichtig, dass ich ihn auf Dinge vorbereite, dass er seine Routinen kennt, dass er weiß, worauf er sich einlässt. Aber wenn ich etwas Außergewöhnliches plane, da geht es mal um die Planung gerade mal, dann bereite ich ihn schon ein bisschen drauf vor, ja. Dann bereite ich schon, wir machen dann und dann das und das, ja. Je nachdem, in welchem Ausmaß es ist, um mich nicht sehr aufzuregen, aber da schon mal Input zu geben. Aber wenn ich sage, ich möchte jetzt was Außergewöhnliches mit mir machen, dann ist ja okay. Ja, wenn du das gut abkannst, also mir macht das jetzt nichts, dann kann man das natürlich auch ohne dieses Vorbereiten da drauf machen. Obwohl natürlich die Vorfreude ja mit die schönste Freude ist, ne. Ja, gewöhnlich bedeutet für mich auch noch, wie gesagt, den Alltag immer gleich zu haben. Also vielleicht auch, dass du sagst, ich gehe jeden Abend vor den TV, vor die Glotze, wenn ich dann endlich die Kinder im Bett habe. Oder ach ja, jeden Tag, wenn wir aus dem Kindergarten, aus der Schule kommen, ist erst mal Spielen angesagt und ich muss kochen auf. Du merkst schon meine Freude darüber, diesen Alltagstrott. Ja, und bekannt ist immer wieder zu wiederholen und dann in das Interessante dabei ist ja, sich dann auch noch täglich über das Gleiche aufzuregen. Also immer wieder sich zu ärgern. Oh, jetzt muss ich schon wieder Spülmaschinen ausmachen. Ach, jetzt müssen wir schon wieder das und das machen. Und das hundertste Mal das Puzzle. Und dieses Spiel wieder. Und keine Ahnung. Ja, also das heißt, auch noch darüber aufregen, dass es so ist und dass es immer wieder gleich ist, das macht ja richtig Spaß. Ironie an. Und von daher, ja, da ist einfach so dieser Alltagstrott, der uns einfach, wenn wir es nicht mögen, unheimlich stressen kann und unheimlich runterziehen kann. Und deswegen geht es mir ja darum, einfach auch mal wieder zu gucken, wie zum Beispiel geht es denn eigentlich, dass dein Alltag, wenn du jetzt nicht sagen kannst, ich kann morgen mal eben irgendwo hinfahren und ja, den ganzen Tag unterwegs sein, um was richtig crazy, verrückte Aktionen zu machen, weil keine Betreuung da ist. wie kannst du denn das runterbrechen, was in Gedanken bei dir drin steckt und das Außergewöhnliche auch in deinem Alltag wieder zu entdecken. Und das geht durch Kreativität. Ja, und das geht mit kreativen Sachen, mit kreativen Gedanken. Und nein, ich meine damit jetzt nicht nur dieses typische, wir haben in der Schule mal gemalt und ich kann nie malen und Kreativität ist nicht meins. Nein, das ist nämlich Quatsch. Kreativität bedeutet für mich in diesem Fall einfach, jeder ist kreativ und wenn du nur alleine deine Gedanken ein bisschen umstellen kannst oder auf neue Ideen kommst, bist du schon so unheimlich kreativ, da musst du noch nicht mal jetzt einfach ein Bild malen, was perfekt aussehen muss, was totaler Quatsch ist. Ja, das nur so am Rande. Deswegen ist es mir einfach so wichtig, nochmal zu gucken, wie kannst du dieses Außergewöhnliche, was ja schön ist, also wenn du das, wir hatten das ja auch einer von den Folgen vorher schon mal, zum Thema große und kleine Pausen, also wenn es wirklich mal möglich ist zu sagen, hey, ich habe mal drei, vier Stunden oder vielleicht sogar einen Tag, je nachdem, mal Zeit, um ja mal eine große Pause zu machen und mir wirklich mal was Cooles zu gönnen oder halt wie jetzt eine außergewöhnliche Situation, zu gestalten, vielleicht mal einen Ausflug mit einer Freundin zu machen oder mit der Familie, von mir ist auch mit den Kindern gemeinsam, ist ja völlig egal, dann mach das, das ist toll und gleichzeitig kannst du natürlich auch noch mal wieder gucken, wie kannst du die Außergewöhnlichkeit in das Alltägliche bringen, damit dich dieser Trott, der Alltagstrott nicht mehr so nervt und du trotzdem Kraft tragen kannst. Für mich ist wirklich so ein Faktor, ich kann frei und selbstbestimmt leben und agieren und gleichzeitig meine Gewohnheiten auch erleben, die ich vielleicht brauche, weil es mir wichtig ist und ich finde, beides schließt sich nicht miteinander aus, sondern ergänzt sich und dafür ist halt ein Mittel die Kreativität. Und wenn du anfängst, wieder so ein bisschen ins Spielerische zu kommen, in die kreativen Gedanken, umso mehr wird dir auffallen, wie gut du das in deinem Mamaalltag sowieso schon nutzt, weil du flexibel sein musst, kannst du aber trotzdem auch noch mal ganz anders die Situation nutzen. Ja, also du kannst natürlich zum Beispiel auch, es gibt ja zum Beispiel Menschen, die sagen, ich bin keine Basteltante. Völlig okay. Ja, ich finde auch nicht, dass man die ganze Zeit mit den Kindern basteln muss und sie bespaßen und spielen muss. Sowieso Quatsch. Sondern, dass man eher schauen kann, wie kann ich die Zeit nutzen, wenn sie das gerade möchten und ich habe keinen anderen zur Verfügung, der das mit denen machen kann. Dann einfach mal zu gucken, okay, was kann ich denen anbieten und was kann ich vielleicht in der Zeit auch machen. Ich habe zum Beispiel angefangen und das finde ich schon auch wieder was Außergewöhnliches, weil ich es lange nicht gemacht habe, als mein Großer angefangen hat, von Punkt zu Punkte, Bilder, wo man die einzelnen Zahlen miteinander verbinden muss und dann entstehen Bilder. Selber auch wieder anzufangen. Es gibt ganz, ganz tolle Hefte, die auch Erwachsene nutzen können, die wirklich schwierig sind, die bis Zahlen bis tausend gehen. Das war für mich etwas, das ich auch schon ewig nicht gemacht habe. Das war also in dem Sinne außergewöhnlich. Ein bisschen verrückt, weil macht man das als Mama? Aber ja, es hat mir total viel gegeben. Ich fand das total genial. Und wir haben gemeinsam etwas gemacht. Wir haben gemeinsam, ja, nicht gebastelt in dem Sinne, aber je nachdem, wie man das bezeichnen möchte, trotzdem kreativ gewesen. Haben eine Zeit gemeinsam, aber jeder hat sein eigenes Ding. Also ich war auch da wieder so ein bisschen selbstbestimmt, konnte entscheiden, was will ich denn da jetzt machen? Und das Ganze kannst du natürlich auch machen, indem du zum Beispiel beim Aufräumen, wenn das so ein Faktor ist, der dir wichtig ist, wie mir zum Beispiel, mir ist es wichtig, dass es aufgeräumt ist am Abend, dass ich da einfach nochmal zur Ruhe kommen kann. Wie kannst du das zum Beispiel vielleicht auch ein bisschen verrückter gestalten? Und das muss ja nicht jeden Tag so sein. Also das meine ich damit nicht, sondern auch mal einfach Momente zu nutzen, um zum Beispiel das Ganze mit dem Kind auf eine ganz verrückte Art und Weise zu machen. Ein Spiel daraus zu machen oder einen Wettbewerb oder wie auch immer du es möchtest. Dem Ganzen nochmal so einen Hauch von, ey, ist was Cooles, was Besonderes, was Außergewöhnliches zu geben, dass es auch dir wieder Spaß macht und nicht mehr dieses, ach, ich muss das machen, das ist ja so nervig. Ja, das kennst du vielleicht, dieses Gefühl. Ist auch normal, wenn das entsteht, aber wie kannst du das vielleicht wieder ein bisschen verändern? Und das kannst du auf alle Dinge übertragen, die du möchtest. Und das geht halt, indem du kreativ wirst, indem du deiner kreativen Ader, die definitiv in dir steckt, wieder freien Raum lässt. Ja, also wenn du vielleicht sagst, ah, früher, ich habe so gerne gesungen und das hat mir so viel Kraft gegeben, weil es ist ja auch ein wahnsinnig kreativer Prozess. Ja, wie kannst du das wieder integrieren in deinen Alltag? Ja, oder vielleicht auch wieder was Verrücktes draus machen. Mal wieder in die Karaoke-Bar gehen zum Beispiel. Oder aber auch mit deinem Kind gemeinsam was kreieren, gemeinsam singen. Ja, also auch da möchte ich dich einfach heute in dieser Episode ein bisschen heiß machen, ein bisschen einladen, da wieder bei dir selber mal auf die Forschungsreise zu gehen und zu sagen, ey, was kann ich denn in meinem Alltag wieder an dem Trott, der mich so nervt, an dem allgewöhnlichen, was immer und jeden Tag ist, einfach ändern oder ein bisschen verrückter machen, ein bisschen außergewöhnlich machen, damit es dir wieder Kraft schenkt. Denn das ist nämlich genau das. Es wird etwas Besonderes und es schenkt euch dir und auch deinem Kind und deinem Partner, je nachdem, wer alles so beteiligt ist, einfach neue Energie. Und vielleicht lernt ihr euch einfach auch mal miteinander noch mal ganz anders kennen. Also deswegen meine Devise heute, mach deinen Alltag, mach dein Leben wieder außergewöhnlich. und du hast es in der Hand, wie stark das sein soll, wie sehr außergewöhnlich du es möchtest. Also das ist jetzt nicht, du musst jetzt gleich Extremsport anfangen oder du musst den nächsten Mount Everest besteigen, was ja sowieso nicht geht, aber ja, du verstehst, wie ich das meine. Du kannst es im Kleinen, und das ist ja sowieso meine Devise, den Alltag im Kleinen zu verändern. Also nochmal zusammengefasst, wie kannst du Kraft in deinem stressigen Alltag tanken, wie kannst du das machen, indem du dir neue Wege suchst, indem du dir deine eigenen Freiräume schaffst und kreativ wirst, indem du auftankst, wenn du denkst, es geht eigentlich nicht, indem du etwas Cooles, Verrücktes machst, etwas Neues wieder. Solche Situationen auch einfach wieder versuchst, in deinen Alltag als eine ganz große Priorität wieder zu integrieren und ja, deinem Kind da verschiedene Möglichkeiten zeigst und ja, einfach mal so ein bisschen in die Tagträume zu gehen. Ja, was willst du, was schwebt dir vor, was hättest du gerne mal gemacht und wie kannst du es dann dementsprechend integrieren. Um den kreativen Part dir noch so ein bisschen beizubehalten, könntest du, wenn du das möchtest, natürlich dir auch eine Collage erstellen, also Zeitschriften durchforsten oder im Internet Bilder raussuchen, worauf hast du eigentlich mal wieder Bock, was ist denn wirklich was, was dich antreiben würde, was Verrücktes zu machen, was Außergewöhnliches, was Besonderes zu gestalten. Natürlich unter den Vorgaben, die jetzt, wer weiß, wie lange uns dieser Virus noch beschäftigt, ja, natürlich da gestalten sind, aber einfach spinn doch mal ein bisschen, ja, werd wieder verrückt und lass dein Kind auch mitspinnen, worauf es vielleicht mal Bock hat. Ja, und wenn das mit deinem Kind zusammen nicht geht, weil ihr da einfach vielleicht auch vom Charakter her verschieden seid, dann träume erstmal nur für dich selber und dann kannst du immer noch gucken, wie kannst du das umsetzen, im Kleinen anfangen, dass du nicht gleich wieder frustriert bist, aber erstmal ins Träumen zu kommen und das ist ein ganz, ganz wichtiger kreativer Punkt, ja, ins Träumen zu kommen und dir so eine Collage zu machen oder vielleicht auch ein Journaling anzufangen, je nachdem, was für ein Typ du da bist. und wenn du Lust darauf hast, das mal mit einer Imagination, die du ja auch in der letzten Folge schon kennengelernt hast, Imagination dazu zu machen, dann gib mir doch mal ein Feedback, schreib mir gerne mal eine Nachricht an hallo-at-glücks-claudi.com und ich werde was mehr dazu überlegen und ich werde dir dazu was gestalten. Wenn dich das interessiert, gib mir doch einfach mal ein Feedback, ansonsten hast du natürlich auch immer ganz viele Möglichkeiten bei mir in der Facebook-Gruppe Inselreif und natürlich auch bei Instagram Impulse zu bekommen und da weitere Anregungen, aber jetzt für heute soll der Appell sein, abhelfen, die Anregung, die Einladung an dich, deine Schatztour zu füllen, indem du deinen Alltag wieder außergewöhnlicher machst und außergewöhnlicher gestaltest und natürlich in die Umsetzung kommst, wie immer, dir da auch die Unterstützung zu geben, indem du auch mal ausprobierst, einfach mal testest und ja, weitere Möglichkeiten kennst du ja schon, sind die Energieraketen, auch die verlinke ich hier in den Shownotes. Wenn du das möchtest, hol sie dir, wenn du sie bis jetzt noch nicht hast und ich freue mich schon auf die nächste Folge, denn da geht die Entdeckungsreise weiter zu einem ganz spannenden Thema, wie ich persönlich ja finde, das glaube ich jede Mama kennt. Wenn ich es nicht mache, macht es keiner und wenn du genauso neugierig bist, freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst und ja, vielleicht auch mit deinen befreundeten Mamas gemeinsam zuhörst. Bis dahin verbleibe ich wie immer mit den Gedanken, dass der Alltag leichter gehen kann, wenn wir es nur wollen, wenn wir ins Tun kommen und in dem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, deine Glücks-Claudi. und ich guckee, Vielen Dank.